Der FC Augsburg ist für mich eine Mannschaft, ja, und wir wissen, wir haben es im letzten Jahr erlebt, auch mit dem Publikum dort in Augsburg, das erste Heimspiel, sie haben auswärts gewonnen, da wird Enthusiasmus sein, da wird viel Begeisterung sein, da wird viel Pressing sein, viel Mentalität sein, ja, das wissen wir und klar müssen wir uns auch darauf einstellen, aber wir haben eben auch gezeigt, dass wir viele Dinge gut machen können. Der Fokus liegt eher bei uns als beim FC Augsburg, ja, also wir beschäftigen uns viel mehr mit uns und haben natürlich da nochmal eingehend über das Leverkusen-Spiel gesprochen, was uns gut gefallen hat, was uns weniger gut gefallen hat, ja, und darum ging es uns erstmal jetzt in den ersten drei Tagen der Woche, dass wir das gut analysieren, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen. Chris Kramer hätte man lieber auf dem Platz als auf der Bank, ist doch ganz klar, nur jetzt war er eben, wie gesagt, im Moment ist er fraglich, weil er die letzten zwei Tage nicht trainieren konnte und heute sicherlich auch noch nicht voll mit der Mannschaft trainieren wird, von daher ist der Einsatz sicherlich fraglich fürs Wochenende, aber Chris Kramer, wissen wir doch alle, der wird das nicht kampflos hinnehmen, dass er auf der Bank sitzt.